Sooo, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Oh, Hiperwolf! Jetzt gleich belegt er schon, so. Äh, wir müssen Elisabeth finden. Nichts. Ich würde mal kurz in die Option gehen, kurz Sound-mäßig. Äh, da ein bisschen runter... So. Ein Bild noch ein bisschen krauli-krauli-krauli machen, so. Dann auch schwächern, so. Ah, schon ein bisschen besser. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Äh, blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Äh, ne, danke. Ich bin auch schon sehr ehrlich. Das ist für mich ein bisschen dichterisch. Weil die fljs nicht passiert. Also nicht, aber ich habe einen dach. Ich habe noch einen Hohnen. Das ist für mich eine Pfle. hey ich suche eine junge frau ein luftschiff damit könnten wir wegkommen sie es wäre gut der idea lol das ist doch alles schwindel ich will nur einen fairen lohn für meine arbeit ja wer will das nicht das ist alles am laufen die zeiten ändern sich die leute wissen nicht mehr wo sie hingehen was verblieben da ist er hey kleine kleine könntest du kleine kleine elizabeth das ist wundervoll tanzen sie mit mir müsste ich tanze nicht los komm jetzt wieso was könnte schöner sein als das ja vieles naja wie wäre es mit paris paris wie ich verstehe nicht wie kommen wir dorthin naja dieses luftschiff fliegt dorthin aber wenn du lieber weiter dann gehen wir kommen sie los jetzt auf der stelle ich bin frei kaum zu glauben aber war riechen sie das diesen geruch kenne ich nicht sie vielleicht die strände die ich kenne riechen für gewöhnlich anders blutig sie kann auch sich selbst aufpassen auch glaube ich ja ich versuche noch eben hier was denn so dieser stürz ins wasser hat ihn nicht gut getan ich suche etwas was vielleicht die schmerzen lindert oh karamell geil die zwei schon wieder schon gut sehen sie mal die sind doch toll welcher gefällt ihnen besser der hier oder der der vogel ist wunderschön und der käfig ist traurig aber er hat schon etwas besonderes ich den rechten ganz sicher sicher der ist toll überraschend mein tipp war der käfig wenn du ein schlechter verlierer sein willst mache ich das nicht mehr das ist reine sophisterei mein gott mein gott sehen sie alles in ordnung da war ich zu hause wir sollten verschwinden los wer weiß was der prophet sieht er sagt er sagt uns was ihm weiß scheint das ist schon alles in ordnung wo war songbird als es passiert er ist das schwert der rache stellen sie bitte sicher dass sie einen ausweis mit foto vorweisen können arme nach oben finger spreizen beine spreizen stillstehen halten sie still da komme ich nicht durch ich weiß schon was kommen sie verstehe na hey pulle zieh dir den an der ist verdächtig wenn du mich fragst ja 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 das ding ist versperrt was machst du da sie sind lustig wonach sieht's denn aus wo hast du gelernt schlösser zu knacken gefangen in einem turm nichts als bücher und freizeit sie würden staunen was ich alles kann ähm ja kann jetzt auch kein komplizierte arbeiten kann ich gleich selbst machen oder die lassen den ganzen krempel oh hallo sir achten sie nicht auf mich sieht aus als wären wir reich Mr. DeWitt nein Mr. DeWitt ich hab diese Silver Eagles gefunden dort drüben ist ein Verkaufsautomat vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit ist vermutlich ne gute Idee ah nö voll ist alles voll 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 ok wir sind voll verhält sich ihre haushälterin verdächtig stellen das soll doch hier bla 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 ist der skyline nachlader wenn du an oder von einer skyline sprichst wird deine waffe nachgeladen geil einfach zu von als ich columbia zum ersten mal sah hatte ich noch nie einen klareren blauern himmel gesehen es war wie im paradies dann als sich die augen an das licht gewöhnt hatten sah man ein meer von weißen die einen kalt anstarten wurde von dem ist der stellst du und sie bleibt wieder von der kenn wir uns da bei der Verlosung vorhin ohne sie werden wir nicht entkommen Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Nehmen Sie ihn doch mit. Geben wir den Zucker weiter. Na gut. Geben wir den Zucker weiter. Oh, oh, was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Hm, oh, oh. Brauchen wir Geld? Ich danke dir. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überklärt. Warum gibt es ein Talente für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht es doch nur unnötig kompliziert. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Alles okay. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Und weiter geht es nicht nur um. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde, der Park schließt, der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Verzeihung. Ich hab alles für mich pauschelnmäßig aus. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf bequellen. Verstanden. Ich ruf wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugang. Bleib, wo du bist! Zugriff! Was soll denn das? Schnapp sie! Gehen Sie weg von mir! Gehen Sie weg von mir! Lass mich raus! Ich will raus! Bleib mir vorm Leib! Geht endlich auf! Elisabeth! Oh Mann, oh Mann. Wo ist sie? Na toll. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Ja! Oh, Herr Zoll. Elendor. Wie hast du mich gerannt? Hier hast du mich gerannt? Ja, ich wüsste jetzt. Wir gehen wieder auf Salze. Ich fühle mich schon besser. Wir suchen jetzt mal ganz in Ruhe, hier alles, bevor wir jetzt mal versuchen. Ich verlaufe mich gerade, glaube ich, total. Hier gibt's was. Funktion. Hallo. So. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Kolumbia nach seinem Willen. Und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. So und damit bis zum nächsten Mal Leute Tschüss